Hallo aus Essen zu unserem RWE-Video-Talk von der Affenstraße. Es ist ein guter Start in die Woche für alle, die es mit Rot-Weiß-Essen halten. Die Sonne scheint und der RWE hat wieder gewonnen am Sonntag 2 zu 1 gegen den 1. FC Saarbrücken durch Tore von Isiang und Leonardo Wonic für über 17.000 Zuschauern. RWE macht einen riesigen Sprung in der Tabelle, ist jetzt 6. Eine perfekte Ausgangslage vor dem Derby gegen den MSV Duisburg am Samstag. Darüber werden wir heute natürlich auch sprechen. Das mache ich mit meinen Kollegen Ralf Willen und Christian Wotzniak. Mein Name ist Martin Herms aus der Funke Sport Redaktion. Los geht's. Ja Ralf, vor zwei Wochen saßen die Kollegen noch hier, haben die Welt nicht verstanden. Da gab es ein 0 zu 5 gegen SC Verl. Jetzt ist Rot-Weiß Sechster. Wie hat RWE diesen Turnaround geschafft und wie verrückt ist eigentlich diese dritte Liga? Ich glaube sogar, dass dieses 0 zu 5 gegen Verl der Ursprung war dessen, was wir in den nächsten beiden Spielen gesehen haben. Ich glaube, man braucht immer so eine Klatsche, um zu begreifen, dass man nicht mit mit 90 oder 80 oder 70 Prozent durch so ein Spiel kommt, sondern immer 100 Prozent geben muss. Da kann der Trainer noch so lange erzählen, glaube ich. Aber einmal so eine empfindliche Niederlage, die wirkt da anscheinend Wunder, weil die Mannschaft tritt ja danach ganz anders auf, auch jetzt im Heimspiel gegen Saarbrücken. Das war wie so der alte Kampf und die Leidenschaft, die man auch schon gegen Dresden gesehen hat und davor auch gegen Regensburg und so weiter. Ja, gestern das Spiel finde ich so die erste halbe Stunde überragend. Schnell eine 2-0-Führung, rausgeschossen, dann ein bisschen gewackelt. Gut, man hat jetzt auch nicht gegen Laufkundschaft gespielt. Bozzi, der 1. Hälfte Saarbrücken, eigentlich eine Mannschaft mit anderen Ambitionen. Wie fällt dein Fall? Genau, Jürgen Luginger, der Sportchef des 1. Hälfte Saarbrücken, hat noch vor dem Spiel gesagt, in Essen müssen wir den Turnaround schaffen. Wir wollen ja hoch, uns fehlen ein paar Punkte, aber außer Spesen nichts gewesen in Essen für Saarbrücken. Die ersten 25 Minuten waren von RWE überragend. Vielleicht kann man da sogar das dritte machen, aber ich sage immer, wenn du zu früh 2-0 führst in den ersten 20 Minuten, dann kann es immer gefährlich werden und so wurde es auch ein bisschen, weil die zweite Hälfte der ersten Halbzeit hat den Saarbrücken angehört und ich finde, da hätte man vielleicht sogar in die Kabine mit einem 2-2 gehen können. Da waren die am Drücker auch die ersten 15 Minuten nach Wiederanpfiff, aber ohne zwingend zu werden. Ich finde, RWE hat das sehr gut gelöst, hat keine Großchanzen zugelassen und allen voran die stabile Abwehrleistung ist hier zu nennen und ja, der überragende Abwehrchef Felix Götze. Er hat Daniel Heber längst vergessen machen lassen, finde ich. Er macht das überragend, egal ob er neben Mustico Ruma spielt oder neben Rio Salon, so wie gestern. Da gab es auch mal Bastians, weil er redet auch gar nicht mehr. Wer ist Felix Bastians? Ja, genau. Aber jetzt ganz ehrlich, in diesem Moment habe ich Felix Bastians sogar vergessen. Ja, wirklich? Jetzt auch. Wirklich. Also das ist, klar, Felix Bastians, große Karriere hinter sich und auch bei RWE sicherlich sehr, sehr stark aufgespielt, aber er fehlt überhaupt nicht. Man muss sagen, die Verantwortlichen haben Stand heute alles richtig gemacht. Das war natürlich eine harte Entscheidung auch für Mustico Ruma, macht ein super Spiel in Dortmund, macht das Tor, auch wenn es irgendwie anders geregelt wurde, aber es war irgendwie sein Tor. Jetzt ist er draußen, andererseits an diesem Götze, führt kein Weg dran vorbei. Für mich auch persönlich der mit Abstand beste Spieler dieses Kaders. Ich meine, der Mann ist 25, der Vertrag läuft aus im kommenden Sommer. Das wird natürlich, glaube ich, oberste Pio sein, für so einen Mann zu halten. Ist das überhaupt möglich, Wotzi? Weil ich glaube, der würde auch vielen Zweiligisten weiterhelfen in der Form. Schwierig. Ich, ja, man kann sich schon fast festlegen. Wenn auch etwas Essen nicht aufsteigt, wird es verdammt schwer ihn zu halten, wenn er so in Form bleibt, gesund bleibt. Gesundheit ist auch immer ein Stichwort bei Felix Götze. Hat oft muskuläre Probleme, fällt immer wieder mal aus. Aber wenn er wirklich so stabil bleibt und diese Form aufs Parkett bringt, wird es für Rot-Weiß-Essen schwierig. Ich glaube, auch Felix Götze ist jetzt in diesem besten Fußballalter. Er wollte bei Rot-Weiß-Essen noch einmal richtig in Schwung kommen, was er gerade tut. Und er wird jetzt auch nicht die nächsten Jahre nur in der dritten Liga spielen wollen. Man merkt ja auch, wenn er spielt, dann spielt Rot-Weiß. Dann spielt er. Also wir rennen uns an die Rückrunde, da ist er echt häufig ausgefallen. Genau, das war eine Vergangenheit. Er ist total abgestürzt. Gegen Verl war er auch nicht auf dem Parkett. Also Unterschiedsspieler, Ralf? Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, da liegt auch ein bisschen die Hoffnung von Rot-Weiß, weil er eben so oft verletzt ist. Ich kann mir vorstellen, dass er die Belastung der zweiten Liga erst gar nicht erträgt. Da ist er in der dritten Liga vielleicht nur noch richtig aufgehoben. Da ist er ein Starr. In der zweiten Liga geht er vielleicht ein bisschen im Durchschnitt unter, wenn er immer wieder ausfällt, sich rankämpfen muss. Thomas Eiswelt hat ja auch so ein Problem. Der ist auch immer gut, wenn er da ist, aber jetzt läuft er gerade auch wieder. Seiner Verletzung hinterher. Wir trafen ihn gestern nach dem Spiel und fängt es jetzt wieder an. Er sagt ja, er braucht wieder noch zwei Wochen länger. Also das zieht sich bei so Älteren in Anführungszeichen dann noch länger hin. Na klar, Thomas Eiswelt ist, glaube ich, nochmal fünf Jahre in der Tanne. Der ist noch älter. Und Götze. Ich glaube, der hat noch was vor, der Felix Götze. Ja, auf jeden Fall. 25. Aber wie du sagst, ein Verein, der an ihm Interesse bekundet, wird sicherlich alles ausloten. Und da kommt auch diese Verletzungsanfälligkeit, den Spiel, was blöd klingt, in dem Fall für Rot-Weiß-Hessen-Punkt ist. Genau. Und was ich noch erwähnen möchte bei Götze. Was für ein toller Fußballer, was für ein starker Profi er ist, beweist ja auch seine Variabilität. In der Rückrunde hat er immer, oder letztes Jahr hat er sehr oft im offensiven Mittelfeld agiert. Jetzt ist er der Abwehrchef. Also mit diesem Götze kannst du sowohl hinten als auch vorne was anfangen und er bringt seine Leistung. Ja. Halten wir fest, der Mann ist unverzichtbar. Lass uns noch ein paar andere Spieler sprechen, die gestern überzeugt haben. Easy Young. An dieser Stelle auch sehr häufig kritisiert worden. Nach dem Spiel gegen den Amburger SV. Ich erinnere mich auch in dieser Runde. Sicherlich auch zu Recht. Ich meine, dass er viel kann. Das sieht man Woche für Woche, welche Fähigkeiten er hat, diese Athletik, diese Zweikampfstärke. Aber die Effizienz ist immer so ein Problem bei ihm. Letztes Jahr zwei Tore, eigentlich auch viel zu wenig für so einen Mann seiner Qualität. Dieses Jahr ist er jetzt bei zwei Toren. Aber wenn er natürlich wie gestern trifft, dann passt alles. Ich finde auch wichtiger, dass man jetzt ihm anmerkt, dass er Selbstbewusstsein hat, in der Dritten Liga aufzuspielen. Am Anfang ist er an seinem Gegner nicht vorbeigekommen. Jetzt kommt er wieder vorbei. Jetzt hat er heute diesen Mumm. War in Dortmund schon zu sehen. Er war ganz stark auf dem Flügel. Und gestern hat er sich belohnt mit dem Tor und hoffentlich geht es dann so weiter bei ihm. Und da sind wir ja fast auch wieder beim Thema Götze. Wir wollen jetzt hier die rot-weiß ersten Spieler nicht in die Wüste schicken, die Besten. Aber ist doch klar, wenn ein Easy Young stabil wäre über 30, 32 Spiele, wird er auch nicht mehr bei rot-weiß essen spielen. Das wissen wir ja alle. Deshalb, er hat seine Schwankungen. Mal kritisieren wir ihn und sagen, mein Gott, der ist da wieder mit dem Kopf durch die Wand gegangen. Und mal wie gestern, er war der stark. Das ist Tagesgeschäft. Aber nochmal, wenn er Konstanz wäre, ist das auch ein Spieler für mindestens eine Liga höher. Ja. Ein anderer, der das zweite Tor machte, Leonardo Wonic, machte sein erstes Tor für RWE. Ja, was haben wir hier diskutiert? RWE braucht eine Sturmspitze oder es fehlt einer vorne drin. Hat RWE jetzt mit Wonic seine Nummer 9 gefunden, Ralf? Also ein Tor, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Aber die Art, wie er spielt, wie er Räume schafft, wie er die Bälle festmacht, wie er die weiter verarbeiten kann. Ich glaube schon. Also sagen wir mal so, wenn Wonic die Alternative ist zu Dombuja, da bin ich immer für Wonic, weil ich glaube, Dombuja, der hat immer noch keine Bindung zur Mannschaft gefunden, wenn er aufgelaufen ist. Bei Wonic habe ich das Gefühl, der ist voll integriert und der ist stark. Und man merkt jetzt auch, Berlinski ist der erste Einwechselspieler. Dombuja ist jetzt Deutschland, Wonic auch zu sein. Wenn wir uns an die Szene da erinnern, wo der Stiri abseits pfeift, er läuft durch, jubelt dann noch vor der Kurve. Aber das ist auch irgendwie so ein belebenes Element. Und Berlinski hat es ihm nachgemacht. Er hat auch genau die gleiche gelbe Karte hinterkassiert für Weiterlaufen. Ich habe mit einem RWE-Verantwortlichen gesprochen und der meinte eben, im positiven Sinne, Wonic ist ein Pandemann, den wir gebraucht haben. Klar, der hört dann die 30 Sekunden nicht, die 30 Sekunden schon abgefiffen, läuft zur Kurve, lässt sich feiern. Alle denken, was ist mit dem? Aber er bekommt den Szenenapplaus. Aber das wollte ich auch nochmal sagen. Die Stimmung gestern fand ich wieder überragend für den Sonntag. Vielleicht diese Wonic-Szene, auch als die Berlinski. Ob die jetzt wirklich diesen Pfiff vom Schiri nicht gehört haben und ein bisschen so auf Zeit auch gespielt haben, das weiß ich nicht. Aber vielleicht hat es doch wirklich wieder mit der Lautstärke im Stadion zu tun. Auch die letzten fünf Minuten in der Nachspielzeit, von der Ruhe bis an die Elbe, im Dauersupport, im Dauergesang. Toll. Ich fand es ganz stark in der Phase, als man dachte, oh oh, da könnte doch noch der Ausgleich fahren, so in der 65. und 70. Da sind die Fans gekommen, da haben die Power gegeben. Und hinterher sagte der Biader, ich hab da ein bisschen mal so reingelauscht bei den Saarbrückern, dann hat man hier aber auch die Wucht des Stadions gemerkt, sagt er. Und dann ist es schwierig, hier gegen anzukommen. Also die Leute müssen echt wissen, was die für eine Macht haben. Und die haben ein Gespür, wann. Wann die dann diese Power einsetzen. Genau. Wenn Sie sehen, die Mannschaft kriegt alles, die kämpft, die beißt, dann sind auch die Fans da, ganz klar. Und wenn so ein Spiel gefährlich läuft, dann kommt keine Anfeuerung mehr. Da ist einfach nur noch blankes Ersetzen auf den Ringen. Und die Sonntagsspiele waren, glaube ich, verdammt vor der Saison. Und jetzt die Statistik. Münster, Aue und jetzt Saarbrücken 3. Richtig? Ja. Ja, tolle Bilanz. Genau. Ja, man tut sich ja immer so ein bisschen schwer damit, Rot-Weiß in dieser Saison zu bewerten. Vor zwei Wochen war gefühlt alles scheiße. Da wollten Leute schon ihre Dauerkarte wegwerfen. Und jetzt treut man schon vor einer Relegation gegen Schalke. Das ist Rot-Weiß-Essen. Das ist so ein bisschen Rot-Weiß-Essen. Wo steht RWE, eurer Meinung nach? Ist das genau so die Platzierung, die realistisch ist? Nein. Ich glaube, 6 ist übertrieben, 12 ist zu schlecht. Mir sagt der Sport, ich veranforte hier, wenn wir dieses Jahr als Neunter einlaufen, dann haben wir unseren Job gut gemacht. Einstellig. Ab neun. Alles nehmen wir mit, was da drüber kommt. Aber ich würde auch so sagen, achter, neunter Platz, da gehört die Mannschaft hin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass manche Mannschaften, die jetzt unter Rot-Weiß stehen, am Ende da auch noch stehen werden. So ein Tausend, ne, Bielefessel. Da kommen noch einige. Wichso, Herr Köln hat auch gerade so eine komische Phase und so. Also da sind schon einige Kandidaten dabei. Ich bin bei dir, Ralf, aber mit einem Aber. Ich sage auch, RWE zwischen acht, neun und zwölf. Da gehören sie hin mit diesem Kader. Aber ich habe vor diesem Talk die Tabelle nochmal wirklich, habe ich studiert und ich sehe, Dynamo Dresden, Tabellenführer, zwei Niederlagen. Regensburg, eine Niederlage. Und danach, ab Ulm bis zum Tabellenletzten MSV Duisburg, jeder mindestens drei Niederlagen nach zwölf Spielen. Da denke ich mir, ja, warum nicht? Kriegst du einen Lauf? Die Verantwortlichen werden das nie sagen. Aber wir, die Fans und auch wir Berichterstatter dürfen ja mal ein bisschen verrückt sein und sagen, warum nicht? Letztes Jahr ist Heidenheim aus der zweiten Liga in die Bundesliga. aufgestiegen. Union Berlin in der Champions League. Elversberg steigt aus der dritten in die zweite. Warum nicht Rot-Weiß-Essen? In der Regionalliga West führt jetzt der erste FC Düren in der Tabelle. Also Fußball ist verrückt. Ein bisschen träumen soll ja mal erlaubt sein. Es muss einfach diese, da sagt auch ein Verantwortlicher immer, dann kommen wir vielleicht gleich auch zum MSV-Spiel. Das hat RWE ja auch noch nicht gewonnen. Du musst jedes Spiel, wie du gesagt hast, Ralf, diese Gier und Geiligkeit in dieser Liga haben. Weil es ist alles auf Messerschneide. Alles fast 50-50-Duells. Die dritte Liga kannst du ja gar nicht tippen. Und du musst eben die Spieler, die wichtig sind, die müssen gesund bleiben. Die müssen, das ist, fallen zwei, drei aus, musst du wieder neu investieren. Der Kader ist natürlich ein bisschen dünn. Da kommen wir da irgendwie auf Stichwort Transfers zurück. Christian, du hast ja letzte Woche mit ein paar Verantwortlichen gesprochen. Ist denn grundsätzlich was möglich im Winter, den Kader nochmal zu verstärken? Ja, es ist was möglich und auch erwünscht, auch vom Trainer. Und so wie ich gehört habe, die beiden Namen, die schweben da immer noch irgendwo im Hintergrund. Man beschäftigt sich wohl damit mit Jona Niemiec, dem Stürmer von Fortuna Düsseldorf und Tim Öhrmann vom VfL Bochum, die da bei ihren Feiern nicht zum Einsatz kommen, beziehungsweise Niemiec. Niemiec kam jetzt wieder rein. Niemiec hat jetzt, glaube ich, in sieben Spielen 70, 80 Minuten gespielt. Öhrmann noch gar nicht, kaum im Kader gewesen. RWE muss ja was machen, finde ich. Weil du kannst, die haben jetzt 20 gesunde Spielerstand heute, beziehungsweise Rota ist noch zwei Spieler, glaube ich, gesperrt oder ein Spiel. Eins gegen Duisburg, ja. Und dann Celebi, ich hoffe nicht, dass das ein zweiter Fall Michael Niemeyer wird. Kommt überhaupt, man weiß nicht so richtig, was er hat. Hat schon eine OP hinter sich, wird trotzdem nicht besser. Dann hast du noch Eisfeld, hat Ralf gerade angesprochen. Noch zwei Wochen. Sollte fit sein, jetzt wieder zwei Wochen. Fabian Rüth, ja, bei allem Respekt für Fabian Rüth, den kann man eigentlich nicht so richtig mitzählen. Er hat einen Vertrag bei RWE und ja, aufgrund des Kreuzbandrisses hat man ihn dann nicht in die Wüste geschickt, sondern er soll erstmal gesund werden. Aber er ist eigentlich so ein Kaderspieler in Klammern. Und ja, da darf nicht viel passieren. Felix Bastian suspendiert. Lukas Brumme, wissen wir jetzt nicht, was sein wird. Ich denke, oberschenkel. Bestimmt zwei Wochen. Muskulär. Ich hoffe nicht, aber bestimmt. Dann ziehen gespürt im Oberschenkel. Genau. Und ja, da muss am besten ein für die Verteidigung. Ja, und Dumbuja, Berlinski, Wonic, alles super. Beziehungsweise Wonic aktuell. Dumbuja, Berlinski, nicht alles super. Die hatten ihre Schanzen, du brauchst einen Stürmer. Du hast ja, du bist als Tabellensechster, hast du glaube ich minus vier oder minus fünf Torverhältnisse. 13 zu 17, ja minus vier. Da siehst du ja auch, ja, du hast keinen Torjäger, ne? Also, ich habe von zwei bis drei Verstärkungen gehört, die man versucht im Winter klar zu machen. Wird auch viel davon abhängig, was noch so auf der Sponsoren sollte reinkommen. Der Alexander Rang muss da einen sehr guten Job mit Mami machen. Der putzt Klinken hier in der Stadt, wo noch nie jemand gewesen ist. Geht auch an die großen Tiere ran. Und die großen sollen durchaus, ich höre so einige Namen, bereit sein, jetzt ein bisschen was zu machen. Und wenn Sascha Pellian den Kassensturz hinter sich hat und sieht, wir sind schwarz, wir sind gut aufgestellt und da kommt noch ein bisschen was rein in die Kasse, dann werden sie wahrscheinlich auch diese Sachen realisieren können. Das sieht gut aus. Lass uns doch mal, bevor wir auf das Derby am Samstag kommen, noch über eine Person sprechen. Christoph Dabrowski. Der Trainer, ich meine, wir kennen alle die Vorgeschichte, was da im Sommer war. Auch nach dem Fährspiel kamen schon die ersten Kritiker wieder raus. Jetzt läuft der Vertrag von ihm aus im kommenden Sommer. Sollte RWE zeitnah mit ihm verlängern? Die Frage muss man jetzt eigentlich stellen, weil wenn man von seinem wichtigsten Angestellten voll überzeugt ist, dann fängt man normalerweise immer so ein halbes Jahr vorher an mit den Gesprächen. Wie ist da der Stand, Christian? Und sollte RWE überhaupt mit ihm zeitnah verlängern? Ich finde die Personale Christoph Dabrowski, ja, manchmal kommt die aus vielleicht so ein bisschen zu wenig, ja, zu wenig positiv heraus, weil dieser Mann, der hat wirklich, der hat links und rechts Ohrfeigen bei RWE schon kassiert und gefühlt von allen Seiten und hat sich immer, immer irgendwie aus der Scheiße rausgezogen, hat immer gezeigt, dass die Mannschaft hinter ihm steht in den wichtigen Momenten, hat die Ziele realisiert, hat den Niederrheimpokal gewonnen, hat den Klassenhalt geschafft, ja, jetzt verleitet die aktuelle Form sogar manche zu Träumereien und ich finde, mehr kannst du aus diesem Kader nicht holen und was man nicht vergessen darf, die Spielphilosophie ist eine andere geworden, wenn man immer im Fußball von Weiterentwicklung spricht. Christoph Dabrowski hat Rot-Weiß-Essen weiterentwickelt, das siehst du in den Heimspielen, die machen Spaß, das Publikum geht mit. Dieses Wort Hafenstraßenfußball sage ich immer wieder, höre ich nicht gerne, aber das ist eine Art Hafenstraßenfußball, glaube ich, ist Offensivpower. Letztes Jahr war das nicht der Fall, da war viel sehr stoisch, so langweilig, weiß ich nicht, aber jetzt macht Ich glaube, da wollte man so spielen, am Anfang ging aber die Hose und dann hat man auf die Sicherheitsvariante gesetzt. Ja, sein Vertrag läuft aus, klar, wenn man von ihm überzeugt ist, dann geht man jetzt im November in die Gespräche rein. Natürlich hat man da auch noch die Jahreshauptversammlung am 19. November, ja, weiß nicht, doch, das hat sicherlich auch noch mal was damit zu tun, welche Entscheidungsträger es in Zukunft bei RWE geben wird, aber so wie ich heraushöre von den Protagonisten, ja, die Gespräche gab es noch nicht offiziell in großer Runde, aber ja, die werden sicherlich jetzt stattfinden und die müssen auch stattfinden. Ich bin davon überzeugt, sage ich zum Schluss, ich lege mich mal fest, Rot-Weiß-Essen wird Christoph Dabrowski in seiner Amtszeit nie entlassen, wenn, dann wird Christoph Dabrowski zu einem anderen Verein gehen. Ich finde, dass Christoph Dabrowski dem Verein gut tut, weil er kommt mir manchmal so vor wie so ein großer Tanker, der sich nicht viel bewegt und in dieser Sturmflut, die bei Rot-Weißen immer wieder rumtobt, einfach Kurs hält. Der geht um den Weg, was hat der, der war die ärmste Sau im Verein in der Zeit, wo, wir wollen die ganze Sache nicht auffordern, mit Nowak, mit der Randgeschichte, mit der amorösen Sache. Andere werden durchdrehen. Mit der Wahnsinns-Hauptversammlung und der ist sportlich einfach seinen Weg gegangen und das muss man einfach honorieren, glaube ich. Und wenn man sieht, der ist auch gar nicht so ruhig, wie man immer so denkt, weil man, wenn man darauf achtet, wie er sich in der Mannschaft immer nach vorne peitscht beim Spiel jetzt und immer wieder eingreift, der kommt manchmal vor wie ein Zwölfter Mann, der ist fast auf dem Platz dabei. Genau. Ich finde ihn total wichtig. Man spricht von Weiterentwicklung im Fußball, von Selbstreflexion und er hat die Mannschaft weiterentwickelt und auch sich reflektiert. Er ist auch anders geworden. Richtig. Und auch ein Mann, der ist jetzt 45 Jahre alt, hat fast 300 Bundesligaspieler, aber er ist klug. Er ist ein kluger Mensch und weiß, ja, vielleicht habe ich auch nicht alles richtig gemacht, aber seit dieser Saison ist das ein anderer zugänglicher. Bisschen mehr Nähe auch, dieses Ultratreffen, gestern auch wieder vor dem Kurs getanzten. Er weiß, er weiß, wie das Geschäft funktioniert. Er sagt ja nicht, ach, die haben alle meinen Kopf gefordert, sie salopp gesagt, ich scheiße auf dich, ich rede nicht mehr. Er bietet sich nicht an, das rechne ich ihm auch hoch an. Der ist ehrlich echt. So kommt er rüber. So Leute, Samstag ist Großkampftag in Duisburg bei den Zebras. Da läuft es ja wirklich alles andere als rund. Ich meine, RB steht 11, hat 11 Punkte mehr auf dem Konto. Bei Duisburg geht es gerade drunter und drüber. Am Samstag die Pleite gegen Bielefeld, die Fans haben den Support eingestellt. Ist so ein bisschen wie bei den anderen Blau-Weißen aus Gelsenkirchen. Aktuell davor die Blamage im Niederrhein-Pokal gegen KFC Oeding und das alles mit neuem Trainer. Boris Schommers, was ist los in Duisburg? Der Trainerwechsel ist ja jetzt schon verpufft, muss man sagen. Das ist so, wenn du gegen Uerdingen auch ein Derby verlierst, jetzt gegen Bielefeld. Ich will mir nicht ausmalen, was in Duisburg los sein wird, wenn die gegen Essen verlieren. Man sagt ja mal, der Baum brennt. Eigentlich brennt er jetzt schon in Duisburg, aber was dann passiert, dann gehen ja gefühlt die Lichter aus. Ja, beim MSV, wenn man sich jetzt wirklich so den Kader anschaut, der MSV hat sich einfach verzockt. Marlon Frey, Julian Hetfer, Moritz Doppelkamp, alle drei Leistungsträger der vergangenen Saison haben den MSV verlassen. Zusammen waren sie an 30 Toren beteiligt. Allein Moritz Doppelkamp hat letztes Jahr sieben Tore erzielt und zehn Vorlagen beigetragen. Das sind 17 Scorer-Punkte in 28 Einsätzen, zwei gegen Rot-Weiß Essen. Und die haben ihm keinen neuen Vertrag angeboten. Er hätte noch gerne ein Jahr gespielt in Oberhausen. Klar, eine Etage tiefer ist er wieder Leistungsträger, der Topmann der Regionalliga West. Marlon Frey spielt bei 60 eine gute Rolle. Julian Hetfer hat man für 500.000 Euro verkaufen müssen wahrscheinlich, aufgrund der finanziellen Lage an Dortmund 2. Aber diese drei fehlen. Sonst hat man nichts verloren. Aber diese drei eben und man merkt, es geht nichts. Vor allem nach vorne hin geht nichts. Der MSV hat sieben Tore erzielt und das ist einfach eine Katastrophenleistung, was die Offensive angeht. Sie haben nur 15 kassiert und weniger als RWE. Ziegner, Ex-Trainer Ziegner hat schon immer gesagt, wir müssen die Defensive stabilisieren. Aber ich glaube, der hat sich da so verrannt, der das Offensivfußball kommt. Aber ein angeschossener Gegner, Ralf, kann auch gefährlich sein. Ja, das ist auch wieder so eine Sache. Aber wenn man so angeschossen ist und so auf dem Boden liegt, also wann will man beim MSV nicht gewinnen, wenn jetzt? Also ich glaube schon, ich bin eigentlich fast überzeugt von so einem schönen 2 zu 0. Die Abwehr wird stehen, die bekannte Angriffsschwäche. Wer soll da eigentlich durchkommen? Aber Ralf, ich sage, dieses Spiel musst du eigentlich ausklammern. Es ist jetzt das dritte Spiel unter Schommers, Derby. Wenn der MSV RWE nicht schlägt, dann sage ich ja, das ist ja für die so ein umsportliches Überleben schon fast. Deshalb dritte Liga für mich im 50-50-Dirt. Wir werden das mit Spannung beobachten. Die 19.07 Minuten sind leider rum. Wir danken für das Interesse. Wir werden sehen, wie das Spiel gelaufen ist. Am Sonntag treffen wir uns wieder hier zum Talk nach dem Derby. Die aktuelle Folge könnt ihr wie immer nachschauen bei watts.de, reviersport.de. Gerne auch auf unserem YouTube-Kanal. Teilt das Video, abonniert unseren Kanal. Euch allen eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.